Das Kinderzimmer. Hast du auch mal die Größe gesehen? Ja, am liebsten abgenommen und richtig vermoss. Hast du nicht ein Spielzeug ein, äh, gesehen, alles? Hallo. Ich bin Marcel Davies. Stopp, sonst krieg ich den Schnauzer. Schei nicht so, schei nicht so. Guck mal, ah, die Dumme empfangen. Tja, einfach smart. Gott, richt mich total auf, ey. Seit 16 Jahren. Leiter für Kundenzufriedenheit. Das wäre nämlich ich. Ich bin Marcel Davies. Nee, nicht pssch, pssch. Also, wie ist mich persönlich angegangen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf? Dann red nicht lang um den heißen Brei herum. Sondern komm persönlich vorbei. Ich mach, ich klopp den gleich kaputt. Die kleine Gürfzicke, ey. Weg. Manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Wenn Sie also mit irgendetwas nicht zufrieden sind. Ich kipp den gleich ne Kopfnuss. Dann schreiben Sie mir. In acht Ländern sind 5000 Mitarbeiter rund um die Uhr für Sie da. Ach man, jetzt schmiert das von unten. Und wir gehen erst wieder. Wenn der Ophi ist. Aua! Wir glauben an unsere Produkte und möchten auf Sie das Leistung überzeugen. Ich war dabei, als wir als erste kostenlos WLAN angeboten haben. Oder als wir die Flatrate für alle bezahlen. Laufen Sie! Sind Sie mit unseren Produkten zufrieden? Nein. Dann rufen Sie an. Kostenlos. Sie ja bitte bilden uns beide Augen oder nur einfach blöd. Wir drehen hier nicht dran heute. Nein, nicht so. Bei euch spricht der lauter Ton. Kann umgeben. Und hier nun passt oder nicht? Aua! 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 Kannst du nicht mal ein Kreuzlein am Arschlecken? Tja, einfacher geht's nicht. Von mir aus können alle sagen, dass wir keine Ahnung haben. Das geht mit einem Kilometer am Poppes vorbei. Löwenzahn. Fortsetzung folgt, LOL.